Aber lass mal versuchen, man wird die ganze Zeit nur gerade in die Kamera gesichten. Der Lux 2012 ist wirklich eine neue Dimension. Der Dimension ist wie Peter Lindberg. Er ist einer der größten Fotografie in der Welt. Und ich bin sehr stolz, dass er mit ihm den Lux für Schwarzkopf 2012 schreit. Das Jahr ist mehr über die Feminität, sensual, mehr über die Gefühle. Letztes Jahr waren wir sehr stark, aber dieses Jahr ist alles über die Frauen. Die Models, die wir haben dieses Jahr haben, haben wir sehr известige Models. Wir haben Iris Truböcker, wir haben Elisa, die eine sehr известige Aktein. Das macht das Ganze sehr interessant für uns. Wir arbeiten auf der Bühne, was nicht usual ist. Wir haben Wind, wir haben Storm, wir haben Sun. Und das gibt uns in diesen vier Tagen ein bisschen der Welt von Peter Lindberg. Und das ist sehr wichtig für uns. Es ist auch sehr wichtig für Schwarzkopf, und die Frauen zeigen, dass wir eine andere Weise zeigen. Das ist auch für uns. Das ist auch für uns. Das ist eine sehr, sehr neue Weise, für mich auch in der Welt von Schwarzkopf. Es ist sehr divers, aber es ist total verabschiedet. Auf Wiedersehen. Das ist einiger Tag. Das ist einiger Tag. Das ist eine sehr schöne Trude. Untertitelung des ZDF, 2020